So, nachdem ich gemerkt habe, dass ich auch mal aufnehmen sollte, geht das wieder weiter. Ja. Du bist ja gerade noch am Abgeben. Jepp, jepp, jepp. Ja. So, dann gehen wir das ab. Einartig. Um sie direkt nochmal wieder anzunehmen. Ja, direkt wieder haben wir halt, ne? Ja, ich glaube, das geht jetzt bis Level 15 oder 16 noch. Ich glaube aber 15 nur noch. 14 und 15. Okay. Achso, wart ihr auch weiter? Warte mal, wir können ja auch kurz dahin gehen, wo ich auch Eber nebenbei platt machen kann. Und dann kann ich nebenbei dafür sorgen, dass ich meine Eber-Karten kriege. Hm. Ja gut, machen wir so. Machen wir nämlich zwei beim Streich. Und wir gucken mal kurz, warte, hier mal links. Du hast ja auch schon die, den starken und gelangweilten Eber, ne? Ja, muss ich auch. Okay. Dann gehst du einfach nicht so nah ran. Und. Und ich heilig, wenn es sein muss. Ja, wird nicht nötig sein. Toll. Und so nutzlos. Ja. Ja, dann, wieso, wieso, wieso hast du mich gezwungen, Heiler zu nehmen? Du wolltest selber Heiler sein. Außerdem brauche ich dich für den Turm. Achso. So, die Eber-C-Karte habe ich. Nachwärmlich weggeschmissen. Nee, ich brauche die auch noch für alle anderen Gruppen Sachen. Achso. Aber dann werde ich weggeschmissen. Dann ist das Spiel irgendwann vorbei, weil... ...hörer als 435 geht es. So, warte, kurz. Achso, jetzt sind wir ja fast. Nee, ja, vor allem fast. Hm. Ich bin froh, wenn ich dich irgendwann mal auf Level 40 habe. Ach, jetzt wieder aufsitzen, oder wie? Ja. Auch immer noch Rattenmenschen, ne? Ja, ich weiß. Da gehen wir ja auch hin. Das habe ich nicht vergessen. Weil wir gehen an einen Ort, wo es mehr davon gibt. Ja. Und dann willst du ewig hier mit den kleinen Fischen rumdungern. Je schneller als du. Das täuscht. Nee, nee. Lied daran, dass ich jetzt eben zickzack davor geritten bin. Ja, natürlich. Hm. Walsch, ne? Ja, um ausreden, nicht verlegen. Oh, hier ist jemand anderes. Wir haben mal einen anderen Charakter gefunden. Da. Die Freya. Jo. Jo, guck an. Puh. Das ist aber nett. Ja. Die ist toll. Die will ich halt auch. Ja. Also, ich habe ja Rattenmensch-Karte schon. Ich habe ja, offscreen habe ich eben die Rattenmensch-Karte. So, kann ich auch wieder abgeben. Oh, immer noch. Immer noch da. Level 16 geht es da noch. Ja. So. Nehmen wir das eine Holz, was da liegt. Den Apfel. Holz für den Möbelbau. Holz für den Möbel. Holz. Holz für den Möbelbau. Nimmt, ja, nimmt er nicht. Nimmt er nicht. Nimmt er nicht. Ja. Einschränk. Oh. Ist manchmal echt anstrengend. Ja, dann musst du selber suchen. Ich will das doch gar nicht. Doch, das brauchst du für eine Quest. Doch nur Rattenmenschen. Das ganze Spiel, da brauche ich nur Rattenmenschen. Da willst du also bis Level 135 einfach nur Rattenmenschen jagen. Ja, naja, natürlich auf dem angepassten Level, ne. Irgendwann hat er doch stärker Rattenmenschen. Ist ja wohl ganz klar, ne. So, dann suche ich jetzt nochmal nach der Eberkarte. Restlichen Rattenmenschen kannst du ja alleine fangen. Ja. Mach natürlich trotzdem noch ein bisschen mit, aber... Suche noch die B-Karte der Eber. Wenn du zufälligerweise auf irgendeine Eberkarte stoßen solltest. Dann sage ich nicht Bescheid, alles klar. Sagst du bitte Bescheid. Ich kann die Quest nicht beenden, warum auch immer. So. Oder doch hier einen abzugeben. Es packt wieder rum. Ich habe die Eber-B-Karte. Okay. Das kann ich nur abgeben vor Ort. So, was hast du denn für Problemchen, mein Kleiner? Mein Kleiner sagt so. Ach, Göttelchen. Wie süß. Ja, ich habe hier bei den Rattenmenschen und beim Apfeldieb die Belohnung. Und wenn ich draufklicke, geht auch weiter. Dann gebe ich die Quest ab. Aber es passiert nicht und sie sind immer noch in dem... Ist dein Inventar vielleicht voll? Ja, stimmt. Ich sage doch die ganze Zeit, dass mein Inventar voll ist. Du hörst mir nicht zu. Weißt du? Aber jetzt habe ich es... Es wird dir sogar angezeigt, indem du unten rechts in die Ecke guckst. Mit dem Kampfbericht und so weiter. Das steht dann auch, wenn dein Inventar voll ist. Ja, ja. Brauche ich die Eberlizenz? Nee, ne? Wir müssen zum Waffen verstärken für die jeweiligen Gegner. Okay, also nein. Das wollte ich doch gar nicht wissen. Hast du immer noch... Ja, das geht bis Level 16. Hast du mir eigentlich nie... Nein. So, du bist Level 16. Jetzt weg mit dem Scheiß. Du musst sie aber noch abgeben, das ist dir klar. Mach ich doch gerade. Und auch noch machen, sofern sie noch offen sein sollte. Ja, da war es noch eine. Ich bin Level 18. Ubi der Gourmet. Ach ja, Schildi ist genau. So, ich habe jetzt auch hier wieder Puck. Noch einmal. Ich habe auch noch Requests. Ja, ich muss jetzt erstmal hier kurz... Ja, mach erstmal deinen Krempel da fähig. Kebing-Jagd. Kino-Jagd. Schildi wiederholbar. Kebing. Kebing. Äh, gut, das kann ich auch einmal annehmen. Das habe ich alles. Weiße mal. Kino-Jagd. 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 Hüpf, hüpf. Kann ich auch? Hüpf, hüpf. Abgeben. Kino-Jagd. Kino-Jagd. Aufräumen. So, jetzt kannst du gerne vorlesen. Ja. Also, das Siegel von Kiles Mutter. Ja. Wieder weg. Dann eine beeindruckende Fähigkeit. Schildi-Ritter. Ja. Dann Belohnung für Ausdauer. Bla, bla, bla. 20, okay. Ja. Hier steht Level 20. Ja, das auf jeden Fall. Weil mit dem Titel kann ich meistens nichts anfangen. Dann haben wir... ...Rache an den Mara-Piraten. Acht Piraten, ruinierte Gilden, die Cent 5. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Dann haben wir Großvater Biete. Ja. 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 Dann immer noch Abendessen für die Kinder, Fleisch, bla, bla, bla. Ich glaube, da hast du gesagt Nein. Nein. Und die Apfeldiebe. Schildi, Äpfel, Schildi-Ei. Kann ich nicht annehmen. Okay. Also, läuft. Gut, also, gehe ich von auf Schildi... Also, hier brauche ich jetzt Schildi, einen Schildi-Ritter und einen Racken-Kämpfpferdl. Dann... ...Polge mir. ...Polge-Richtung, nein, falsche Richtung. OLP. OLP. Weil dein Vorname ist ja Eidaria. Ahaha. 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 Puh, Freya scheint weg zu sein. Nein, ich wollte ja gerade meine Liebe gestehen. Ist... Ich würde nichts von dir wollen. Machst du doch gar nicht. Ah. Ich wollte es doch noch nicht mal versuchen. Wie viele Leute sind eigentlich... Ach, du grüne Neuno... Äh, eins, zwei, drei... Acht Leute sind noch in der Nähe unseres Levels gerade hier online. So jetzt... Oh, das ist ja wie die Nadel im Heuhaufen. Ja. Diese Finn ist, äh... Dein Rattenkämpfer. Mhm. Ja. Einmal wieder auch Schildi. Ein Schildi und ein Schildi. Oh. Heute noch am besten. Heute noch am besten. Ja. Jaha. Jaha. Boah. Ja, weil es will, ob du mich wieder finden hast. Ich habe ja eine Karte. Steh dich doch da hinten. So leicht. Ich brauche hier auch wieder eine Karte. C- und B-Karte. Ist frech. Schön. Doch. Eine Tatsache. Ich brauche diese Karten. Ja. Wir brauchen doch alle irgendetwas. Verstecke mich. Verstecke mich. Kannst mich nicht finden. Echt? Echt? Doch, ganz. Ja. Ich werde meinen weit von dir entfernen. Achso. Ich glaube, Karte geht eigentlich. Leute, lass doch mal eine Karte fallen. Was hättet ihr davon? Schätzungsweise nicht, sonst würden sie es ja tun. Also. Nicht gestoßen. Hammer. Voll gelogen. So, komm schon. Und ich habe die Schildi C-Karte. Ich brauche also nur noch die B. Ja, wenn hier mal so viele Schildis wären. Ja, deswegen bin ich eigentlich hinten. So. Ja. Er bleib du mal da. Sicherer für mich. Ja, kann ich dir nicht helfen, wenn du mal Probleme kriegen solltest. Doch, dann sterbe ich halt. So. Kennst du doch. Mach dir doch nichts aus. Haben wir doch gesehen. Ich wollte dir gerade helfen, ne? Wenn ich das auch noch ansatzweise lücken würde, ey. Hm. Im Nachhinein lässt sich das immer. Ja, ich wollte dir gerade helfen. Und ach, ich war doch schon auf dem Weg. Und ja, ich habe doch schon den Bogen gespannt. Ja, ja. Ja, hatte ich wirklich. Ich habe einen Videobeweis. Davon mal ganz abgesehen. Ja, der Beweis zeigt, dass ich sterbe. Genau. Ja, der Beweis zeigt, dass ich geschossen habe in dem Moment. Das ist nicht positiv für dich dann in diesem Fall. Ja, natürlich, weil ich habe dich dann ja noch versucht. Aber ich komme trotzdem mal zu dir. Weil es ist mir einfach hier zu wenig, ey. Die sind hier so verteilt. Dass meinst du, dass ich nach hier hinten abgesuftet bin. Ich habe gedacht, da in der einen Ecke wären mehr. Habe ich falsch gedacht. Ja. Ich suche jetzt auch eigentlich nur noch eine auf der B-Karte. Hier, da steht so ein komischer Typ mit einer Zuckerstange. Ja, und da hinten steht so eine komische Truller mit einem Bogen. Echt? Ich sehe keinen hinter mir. Das ist doch wie viel Langstrumpf, die da steht. Ich habe mal wieder nur eine C-Karte. Oh. Giffi, such mir meine B-Karte. Wer? Ja. Du? Ich? Ich? Kann doch nicht. Aber ich glaube, sie haben besorgt, ja. Nee, die sind hier. Mehr sind hier aber auch nicht, ey. Mehr ist da hinten. Vor allem spawnen die hier schneller. Na. Ja. 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 Ja, sondern nicht so. Ja, okay. Aber doch wie jetzt. Man muss noch bedenken, da sind zwei Leute gerade am Berg hillen. Mhm. Vorher war ich alleine. Also. Ja, ist ja gut. Sehr gut. Du hast ja recht. Ich liebe die B-Karte. Du machst ja hier alles tot. Ja. B-Karte suche. Ich liebe die B-Karte. Boah, ich gebe ja auch eben den, ey. Halt hier auf und auf und auf und auf. Ey. Diese Frau geht mir auf die Nerven. Das ist meiner. Halt dich fern. Du brauchst aber was zu lange. Hätte das bestimmt einer getroppt, hätte ich ihn getötet. Ich habe es genau gespürt. Aber wenn wir mal irgendwann einen PvP machen, bringe ich dich um. PvP geht mal nicht, mach ich im PvP-Gebiet. Jetzt doch nicht, es ist ja blöd, es ist ja nicht fair. Nö, jetzt würde ich dich mehr als Platz machen. Ja, wahrscheinlich. Nicht nur wahrscheinlich. Okay, sehr wahrscheinlich. Hör zu, dass wir heute noch Level 20 erreichen. Ja, also ich glaube ich nicht. Doch. Oh ja. Gehen wir noch hin. Ja, wir müssen beide zusammen in die weiter Dingens-Questa. Das sind noch vier Level. Ja, dann halte ich mal hier an mich mal ein Platz hier. Ja, ich soll ja Karten suchen. Ja, die gibt's hinten auch. Ich hoffe, dass die schnelle Schildis die auch troppen. Ich habe einfach diese große Hoffnung. Vielleicht brauch die für den Schildi-Ritter. Wo auch immer du bist. Wo anders. In der Wollerei. Sozusagen. Oh, ich habe nur meine Waffe. Dieses blöde Eventar wieder voll. Oh, ich mache ohne, dass ich dann Schildi-Retter. Ich bin nicht, dass ich so verwundern würde. Ah. Oh, was schon. Ja, ja. Was brauchst du für eine Karte? Schildi-B. Mit dem Inventar. Ist doch eine Zissel. Oh, die Scheiße. Nimm das doch nicht auf, Kehr. Aha. War doch da hinten. Hoffen wir mal, dass das eine Schildi-B ist. Nein, das ist eine Schildi-C. So, ich meine, der Schildi rette jetzt alleine. Ja, warte doch. Ja, kommst du ja nicht. Du hast ja nichts. Ich sage mal. Ich sage die ganze Zeit irgendwie. Warte jetzt auf dich, ne? Ja, dann kannst du dir ja deine Parts angucken. Verweise. Hinten bist du da. Mann. Ich bin immer immer nicht. So, nicht immer. Jo. Ich sage, übertreib mal nicht, ne? Mann, Mann. Dann bist du auch die Bremse. Ich habe ihn doch verbessert. Was ist das denn hier? Das Schildi. Rot. Ein rosa Schildi. Keine Ahnung. Ach, der feinde Herr kommt auch mal. Ach, der feinde Herr kommt auch mal. Ja, nachdem du mir eigentlich mal Bescheid gesagt hast, natürlich. Oh, weißt du? Ich habe dir die ganze Zeit Bescheid gesagt. Wenn du nicht hören kannst, ist das deine Sache. Ja. Ja, das ist jetzt etwa ein Defekt. Ja, ja. Eine Karte. Hast du? Äh, ja. Ich muss so erstmal kurz das Inventar frei bauen. Ne, ist eine C. Wird auch anders sein. Wie so oft. Ich und eine Karte kriegen, die ich brauche. Niemals. Okay. No way. Ja, viel zu einfach. Wird auch viel zu einfach. Wo hab ich... Ku Kum. Ku diskuss. Ku ik. Ku.. Ku kass. und wir machen wir mal glücklich ein das ist ein schönes see du hast man mal nur unglück gebracht die ganz ganz unglücklich gemacht richtig ein die schildes sagen was erst soll ich eben kommen soll ich wieder gehen also so also ich bin der wenn 19 wird mich ja mal schön für dich ich freue mich für dich ja auch dass du dass das tue ich wirklich ja ist klar ja 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 ich bekomme schon was gutes ja ich bin der damit eine schöne zähle und wieder eine schöne zehle okay jedenfalls jetzt und für die ritte hast du wenigstens ein und geöffnete karte kommt nach mama stolz so irgendwie so und wieder nur das ist schlecht sehr sehr auch eine ungeöffnete karte und wieder zäh wir sind in der schädlich brauchst du noch gar keine richtig ich habe ja alles habe ich doch nur level ab und warum liest du da noch nicht deine neuen sachen vor weil ich hier gerade am prügeln bin das ist weit liest mal vor ja achso das ist für die job change ist das stärke was du suchst du brauchst ja nur noch drei level sollten wir schaffen maras lager pirat 5 und piraten elite 5 ja angriff auf den schrein pinkies ja einen hp trunk erstellen ja das bleibt dir überlassen ich habe es tatsächlich gemacht aber auch nur weil ich genug hatte so dann brauche ich jetzt hier aus dem gebiet das nur kleine pinkies ja können wir gleich hin allerdings tatsächlich und sich von den chillies hier weitermachen wieder hohe berg fest ich hoffe einfach dass die fillies irgendwann nochmal kriegen wo treffst du denn Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Nische Richtung. Richtige Richtung. So. Ja, ich meine ja nur. Ja. Richtig. Juhuu. Slowkeys. Das mach ich jetzt aber hier auch nur so auf halbem Weg platt. Und wir zu den Pinkies auf sind. Pinkies. Was war das? Oh, da liegt's. Ach, bis jetzt hab ich gar keinen. Erstmal. Na gut, okay. Okay. Ja, erstmal. So, wir machen's doch mal schneller. Ich muss nämlich gleich in die Stadt. Okay. Nachdem wir den Party beendet haben. Okay. Mein Inventar ist nämlich mehr als voll. Hm. Warte, dann können wir in der Pause, kann ich in der Pause nämlich auch nochmal die Steine da herstellen. Kann ich. Was? Was soll die Ellen machen? Äh, dann kann ich nämlich noch welche herstellen. Und auch die für die Stufen 4 bis 6. Kann ich unsere Waffen, oder können wir unsere Waffen noch weiter aufwerten. Wenn du verstehst. Ja. Verstehe. Ich hoffe, ihr lasst jetzt ne Karte währenddessen fallen. Wäre super süß von uns. Ich bin jetzt aufgeben. Ich bin jetzt aufgeben. Ich bin jetzt aufgeben. Ich bin jetzt aufgeben. Aber es sieht bisher nicht danach aus. Abgeben. Ja, hab ich. Hab ich. Okay. Ja, mein Inventar ist voll. Ich kann nicht. Ähm. Deswegen würde ich sagen, wir beenden kurz eine Part hier. Und gleich. Und dann, wir werden die Stufen 5 bis 3 bis 3 bis 3 bis 4 bis 5 bis 4 bis 4 bis 7 bis 5 bis 4, bis 6, bis 6. Vielen Dank.